hallo zusammen da sind wir wieder im unterirdischen gefängnis und sich sparen da von yahoo albtraumhafte rituale sehnen sich nach dem kind des blutes finde das kind und beende sein grauenvolles weinen das ist glaube ich wie hat die käse ich weiß es nicht ich gehe jetzt nur noch müsste eigentlich erst die tür öffnen wir könnten aber erst mal die tür öffnen kommt glaube ich jemand gleich gelaufen das wollen wir nicht so keine kiesel mehr die kiegel tante ich mache auch nicht lange es gibt schöne fiole hier die kiesel kriegen wir kennen gut dann lassen wir die kiesel liegen ich bin noch mal im ding gewesen im traum des jägers noch mal aufgestiegen und noch mal auf stärke gelevelt jetzt probieren wir mal dass man da mal ich könnte dann ende das sind manchmal kiesel da das ist keine verbrauch wenn ich hier keine ausgerüstet habe zum werfen okay warte mal da wie machen wir das jetzt ich gebe es gibt ja nicht viel von denen wenn man so will blut es schon die scherbe können das ist das klappt nicht ne ich würde ganz gerne ohne schade da rauskomme so jetzt könnte ich aber einen kiesel wieder ausstecken weil da war doch auch noch was gelegen da ist es erst später das ist glaube ich erst später ok einer hammer wenn ich ihn besser wie kenner mach ich noch die tür auf mach ich noch die tür auf ich wollte diesen weg vielleicht später ich wünsche diesmal aufpassen an im im liegt aber auch noch kaum volle gibt es doch nicht was macht schon jetzt ok wir brauchen sie doch wo das ist die blutsteinscherbe haben wir das türchen offen genug zu trinken dabei noch ich hoffe es ja eine zwilling noch ein rasendes kalt blut schon wieder 12.000 ach du scheiße gut ich muss es trotzdem riskiere ich kann jetzt nicht aber dahinter nicht doch ich könnte zurück und einfach nur durchlaufen du kannst mit 12.000 aufsteigen das stimmt aber da brauchst du ein mehr auf der anderen seite könnt ja wenn es nicht klappt wenn sie ich das klappt nicht reicht einfach aus und da komm ich halt noch mal rein wer ist denn das jetzt ach das ist Chantal ok habe ich verwechselt sie kläutet mit der glocke haben wir feuer wie schon im feuer auch vier stück bloß abtrünnig ist die Chantal ich bin da ist ein optional der bus aber wollen das türchen aufmachen oder oder blitz achtung Chantal hat immer feuer drauf machte kopren kein schade Achtung wenn er sowas so macht dann lachen ja der ist aber auch schnell wie der blitz äh warte spiel war das ok Achtung Chantal sagen wir Chantal bist du noch sauber bringt doch mal was ach wie daneben drohe ja noch einmal blitz äh, Feuer Achtung, er lädt sich wieder auf trinkt noch was Chantal, pass auf Achtung jetzt, Chantal, auf das war Pahl, die Dunkelbestie Funkenjägerabzeichen macht's gut ja, mit Chantal ist es also relativ easy dann haben wir 33.000 ok, dann machen wir das Türchen auf da haben wir ja schon Altjahre, da haben wir alles schon gelootet das müsste ich jetzt auch nicht was ich da jetzt noch machen sollte und da liegt da noch was irgendwo versteckt gehen wir zurück in den Traum des Jebels wenn ich doch denke, wie ich das erste Mal nach dem Traum gehabt habe ach du Scheiße ich glaube 15 Versuche gebraucht ich würde gerne noch ein bisschen ich würde gerne noch ein bisschen jetzt schließt die Augen warte mal Fitalität oder ja, wir müssen stärken ach gut, da fehlen aber nicht viel ja, jetzt das geht, da können wir gleich noch mal warte mal, Moment lebt wohl, guter Jägerin ok, was jetzt lebt da wohl ich komme ja gleich wieder ich glaube, ich habe da noch einiges willkommen oh, gut, lasst mich äh, warte mal oh oh, nett ich müsste ja mal bisschen was in Arkan machen oh, das ist so schade ja was, Blutfärbung mit Gang vitalität nun könnte man noch lebt wohl, guter Jägerin lebt wohl was brauchen wir einer haben ich habe gedacht ich achte der Tonnitrus könnte ich hier noch verstärkert dann hätte ich gern 88 waren wir was brauchen wir da drei Blutfärmsteine das machen wir und 5 dann gehen wir gleich mit dem Blutstein äh, Zwillingblutsteinscherber drauf 5 und noch einmal 8 wir fehlen uns die Kohle wie machen wir das, wir holen uns einfach nochmal so ein Bällchen so, dann brauchen wir jetzt hier A-Blutsteinbrücke jetzt gucke ich gleich aha, komm mal da was ist denn das so auf D auf Geschick wenn man den nennen Geschick skalieren, aha da haben wir ein bisschen ein bisschen 2,50 sehen wir noch 58 dritter 70 vorher wollen wir nicht so, das lassen wir jetzt mal so dann gehen wir ja das mache ich raus die Tunitrus habe ich da was neues gekriegt weiß ich nicht blutviola haben wir genug Molotow das ist wichtig los war schade ne vorher Papier habe ich auch noch 2 10 Blitzpapier können wir da oben nicht auch Feuerpapier ich würde gerne noch 3 nennen ja zur sicherheit brauche ich jetzt alles kann man irgendwann mal genug haben wir haben zwar richtig richtig viel aber so wo müssen wir hin jetzt könnte man theoretisch erst genau was wir ja eigentlich ursprünglich vor gehabt haben ne da nur ein bisschen Zeit wenn ich jetzt mal probiere ob man da warum das der Typ nicht da war ich habe doch den Rufen können im Vorlauf hat er dann von der Läge gekillt mit dem Samurai Schwert war eigentlich richtig beim zweiten Versuch hat das geklappt wenn der jetzt nicht da ist muss ich da alleine ach du scheiße ja ist eigentlich gar nicht so halt halt warte mal was mache ich denn da überhaupt die richtig Lust habe ich nicht dazu Volta gibt es was Neues? Ah vergesst mit Eidgenossen genau ich hoffe du hast die Eidgenossen in der Nähe jetzt die Frage warum laufe ich links rum oder rechts rum ich glaube rechts rum wäre es kürzer aber links rum habe ich glaube ich ein bisschen E-Fahrer oder? ich glaube das ist besser ich weiß es nicht sicher bin ich mal zumal das ich gar nicht hundertprozentig weiß wo es lang geht da bin ich fast richtig oder? ach gut da war ich noch gar nicht da lichter noch was das habe ich übersehen da war nach irgendeinem Weg nach unten ich müsste ich tatsächlich dort durch dann hätte ich auch vorne rum rennen können ja da habe ich mich dann schon mal bei irgendwas habe ich falsch gemacht irgendwas habe ich falsch gemacht warum das denn da erscheint irgendwie vielleicht noch ein Gebiet erkunden müssen oder was gut wir haben 1300 das ist jetzt nicht so viel die haben wir jetzt auch nur gekriegt weil ähm das ist jetzt nicht so viel misskram ja probieren wir es einmal ne ein Versuch mache ich dann guck ich mal wo der Heini hängt wie hieß denn die? ach die Schatten wo ist denn die mit der Lampe? da ist sie Oh, der ist ausgewiescht. Blödes Arsch. Und da hilft halt der der Anna ungemein. Müssen das zwei mit der Lampe? Die Schatten von Jana. Das geht aber weit. Und dann schlägst du ja noch neben Drauer her. Weiter. Ich wollte ein Gesplizpapier drauf machen. So. So. Kann man nicht durch? Hallo? Wow. Langsam. Wink. Warenner. Weiß doch nicht aus, du Tappschädel. Was will er? Was ist denn jetzt los mit dem? Was hast du denn jetzt gemacht? Wo ist denn mein Blitzpapier? Ja. Da. Oh. Nicht gut. Mach da mal drüber. Boom. Oh Scheiße. Freunde, was war denn das jetzt? Ach, die haben die Dinger rausgeholt und die Schlange gegeben. Muss man den anderen erst töten? Ich habe noch gar keiner getötet. Ach so. Ach, du Scheiße. Ja. Okay, dann probieren wir es nochmal. Ich gebe mir nochmal rein. Schatten von Jana. Ich weiß jetzt nicht, warum das ich mitrufen kann. Den NPC. Da hätte es wesentlich leichter gemacht. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was gegen Feuer. Und ausgerüstet. Ich hätte eigentlich eingeweihte Angriffe. Komm, die machen wir denn. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Es wäre möglich, dass ich, bevor ich zu denne bin, erst an der Albtraumfront war. Das kann doch nicht sein. Was mache ich noch an der Albtraumfront? Das ist gut, dass ich sie runterkriege. Ausdauer habe ich eigentlich genug, oder? Irgendwie. Au! Hätte er mal Luft. Ich muss ein bisschen in Bewegung bleiben. Man kommt zu Paris, oder? Glaube ich. Ein bisschen störrig. Langsam. Ich muss den Teil nicht mehr stehen, oder? Oh, ich habe beide getroffen. büche feuerabwehr habe ich wir brauchen jetzt nur was ich weiß gar nicht wer ist wer was ist das ist der oberer was war denn wer ist das reffer ring ja mal auf mit einem scheiß schwert ich muss den aller holen muss ein bisschen trennen ja die entfällig ich habe eine Sendung, oh shit Angst auch Okay, jetzt wird es krediert Wir haben jetzt, Akan wäre im E-fachste, das habe ich auch festgestellt, aber ich habe ja nichts Akanes jetzt Oh, Treffer Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Warte mal, da steht einer, der hat was in der Hand Bumm, die machen aber Schade ohne Ende Langtags brauchst du vorher nicht, haben wir noch genug zu klingeln? Warte mal, wer ist denn das? Einer haben wir fast Das ist der gar nicht Das ist der gar nicht Das ist der gar nicht, Freunde Trinkt noch was Eller ist denn das jetzt? Und der noch heu nicht Einer Warte mal, warte, 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 warte Einer haben wir an den auch noch ein bisschen Akleid Den haben wir auch Ja, jetzt aufpassen Jetzt kommt Au, du Arschloch Au, au Fassig, fassig, fassig Snakes Wollen wir die jetzt dauern? Wow Ich muss bisschen Ausdauer Wow Du Trinkt Ach du Scheiße, warte Na ja, ist auch gut, komm, ich weiß jetzt immer mehr nicht, warum ich da nicht rufen konnte Aber 18.000 gibt es 600 oder sowas 500 Blutrausch Aha Oh 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 Lampe anmachen Die Luft rein Da ist auch nicht irgendwie was versteckt noch, oder? Nee Okay Ich sage, gehen wir mal da durch noch kurz Und machen die andere Lampe Warte mal kommt da Aber das sind doch die Insekte, oder ne? Und bevor wir dann da weitermachen, dann kommt Rom 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 den Römern Da ist es doch Da bräuchten wir ab, bisschen vorher Warte mal Das sind gefährlich die Fischer Kann ich nicht markieren, das Mistfiel, oder? Oh Scheiße Die Scheißfliegerei da Oh ja Drei Kugeln Du musst irgendwo Geh weg Irgendwo noch ein Ah Die sind das verrückten Ein Feuer sei Ah ja, eine Lampe, eine Latenne So Langsam Ich gucke Warte mal Ist noch was da Irgendwo Wo ich jetzt gerade auf die Schnelle Bevor wir da jetzt Jetzt war aus, ja? Gut, dann zurück in den Traum Das ist halt ein bisschen zusammenschneid Das ist blöd, ja Ich bin ein Traum das hier gestern Schauen wir mal, was der Typ hier gemacht hat Können wir noch hochsteigen? Ich mache mal, ich repariere erst mal die Waffe Jetzt haben wir jetzt Blutrausch Tonitrus hat ein bisschen gelitten Tonitrus ist ja, ja Ähm, die See das los ist Hm, was haben wir noch? Blutrausch Eingehörig, ja Mehr Blutäschos Haben wir ausgerüstet Blitz, ach du Blitz, das brauche ich später noch Wenn wir in die Albtraumfront gehen Da gibt es aber noch eins, wo besser ist, ne? Oder nicht? Nö, dann losse ich das mal noch, so Willkommen dahe Was für Kanalisieren Oh gut, lasst mich Und zwar Auf Stärke noch ein bisschen Kommen wir doch Nehmen wir auf Arkan Lebt wohl Großartige Jägerin So Dann noch einmal In der Verbotenen Wald Ja Ja Und zwar will ich da jetzt gucken, ob dieser Freundlicher Herr Freundlicher Herr Bettler ist das glaube ich Wenn ich das weiß, oder? Dann kann man Haben wir ja irgendwo an Io Sevga Als Klinik schicken können Oder Ähm Redung Kapelle Oder man hätte ihn auch gleich töten können Aber der ist nicht ganz einfach Ich wusste nicht, ob ich das denn schon schaffe Mach ich den du jetzt Achso, du musst ja Bist du jetzt richtig? Ja Wo steht er da durch Und dann da unten rum Komm Erfangen wir mal schauen Dann haben wir noch ein bisschen Zeit Dann wird da auch noch die Kleidung ausziehen, oder? Das wird jetzt gehen, für einen Moment Dann lässt uns da jetzt auch nicht durch, ne? Warte mal dann Der Freiwillig lässt ja uns nicht vorbei Sech, das habe ich ja gesagt Ach, ich hab die Lateine Ich weiß auch nicht, warum das ich Die Lateine nicht ausrüstet Ja, da kommt ja auch da hoch Ich weiß nicht, warum das ich die Lateine nicht ausrüstet Was mach ich denn du jetzt? Kau Ich hab doch die Lateine gekauft Ich hab doch die Lateine gekauft Ne? Doch Ich hab doch die Lateine gekauft Das geht Ja, und die Fackel macht halt mehr nicht Danke Das geht, ja Und die Fackel macht halt mehr nicht das ist doch relativ schwach das licht naja da ist schon in der da ist schon weg der ist schon in der klinik der müsste jetzt eigentlich ist eigentlich tot sein schon machen wir das jetzt am schnellsten ich muss sowieso das ist egal oder das wäre verschwendung verschwindung was macht der jetzt da der ist auch hochgeglittert oder die mit dem frack der schütze die können gut klettern brauchen wir noch was momentan nicht hochgeglitter hochgeglitter das schneide ich auch bis jetzt noch mal oder auch nicht jetzt bin ich mal gespannt der hätte nämlich wenn man in die oedon-kapelle geschickt nach jedem bus den man erlegt hätte er ein mpc umgebracht immer einer mehr dann halt zusätzlich bei iosfk auf jeden fall ist es eine beste ähnlich weiß ich noch einigermaßen jetzt gehe ich gerade mal gucken vielleicht irgendwo rumlunger der typ oder ob das jetzt total versaut war da hockt er nicht wenn ich mir nicht verstehe ist er das ist ja das ist ja das war schon vermontelt gewesen obwohl war komisch das kann ich jetzt auch nicht ganz erklären das war er ich bin sicher ich weiß es nicht ich bin sicher bin ich nicht ich weiß es nicht genau es muss ja gewesen sein wer hat denn jetzt verwandelt war ja keiner mehr da jetzt hat er selber gemacht wenn möglich das ist ja alles voll mit regalen aus holz das machen wir gar nicht allergut das war jetzt auch spektakulär aber nicht schlimm den vertüttet er mir keine mpcs in der rede und kapille mehr ok für die ich will sage ich mache ich mal einen cut und überlegt mal was macht's gut bis denn nicht und überlegt